Warum glaubst du seit 50 Jahren der mehr an Liebe? Wie hieß sie? Sie ist Trace. Ich denke, meine Arbeit hier ist getan. Trace, dieser Mann liebt dich. Du solltest zu ihm gehen. Ich sagte mir, es ist nicht undicht. Es ist nur Rest für euch. Na los, drück ab! Kommt alle zum Flughafen bitte. Hallo. Oder ich muss eh nochmal kurz mit dir reden. Ja. Ich glaub wir stecken ein bisschen in der Scheiße. Was ist los? Ich hab gesehen, dass zwei Typen aus der Miliz Johnson beiseite gezogen haben und mit ihm alleine unter 6 Augen geredet haben. Diese scheiß Wichser. Na ich glaube wir wurden hintergangen und ich denke Johnson wird es uns auch nicht verzeihen. Ich hab das Gefühl, vielleicht passiert hier was. Und entweder können sich alle gegen uns richten und am Ende kommen wir hier nicht lebend raus oder... Dann kommen wir es nicht. Dann soll er mich abschießen. Bodo kommt sofort zurück. Bodo, wir haben ein fettes Problem. Was ist los? Yoshi hat alles auf ausgeplaudert. Ich weiß, ich hab die gesehen. Ich hab die vorne gesehen, wie sie geredet haben. Ich hab es mir schon gedacht. Alles klar, wir steigen jetzt in die Wagen und hauen ab, okay? Wir treffen uns am Pier. Pierre, du kommst bei mir mit. Bodo, du fährst mit Trace, okay? Du bist Bödel. Äh, Pierre, sorry. Sollen wir abhauen? Alles klar? Wir hauen ab. Wir treffen uns am Pier. Los geht's. Okay. Mal los. Ansteigen. Hansi. Was ist los? Ich bin dir ehrlich, wir müssen hier verpissen uns. Ganz dringend. Warte mal. Trace, was gibt's? Oder? Oder? Mein Auto. Mein Auto ist kaputt. Dein Auto ist kaputt. Scheiße. Wo bist du? Äh, die House Street. Heißt die House Street? Nein, Grove. Grove. Grove Street. Äh, ja, ja, ja. Ich weiß, wo die Grove ist. Ja, ja. Alles gut. Wir kommen, wir kommen. Wir sind sofort da. Mal los, Trace. Steig besser hier ein. Wir müssen schnell tanken, glaube ich. Mein, mein Auto macht ganz... Oh! Wieso fährt mein Auto automatisch rückwärts? Ja, du hast keinen Tank mehr. Oh. Ich spinne da manchmal. Was ist, was ist mit, äh, was ist mit Paul? Hallo? Die haben ihn erschossen. Was?! Ja, der lag da am Boden. Ich konnte mich grad noch retten. Aber du hast gehört, wie ein Pfenni geschrien hat. Okay, ähm, wir müssen dringend an irgendeinem Punkt, wo er uns nicht finden kann. Warte mal, dich kennt keiner ab hier. Äh, bleib am besten einfach kurz hier. Wir holen dich gleich wieder ab, okay? Oh, ich geh ein bisschen in die Grove und spiel mit denen im Basketball. Ja, mach das, mein Lieber. Ja, für Spaß. Scheiße, Paolo ist wach. Moment. Ah, warte, jetzt ruft er. Paolo, wo bist du? Am Flughafen. Am Flughafen? Ja. Bist du alleine? Wer ist da? Moschka und, äh, Guzman. Und soll... Was machen die? Bedrohen die dich? Nein, die stimmen. Die stimmen. Die haben ihr Handy und Funkgerät gegeben. Okay, kannst du von da verschwinden? Nein. Irgendwie... Irgendwie so... Ich kann dir nach Polen gehen mit dem Auto, die ich geklärt habe. Ja, 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 warte. Äh, erinnerst du dich an Pierre? Französischer Akzent. Mit rotes Auto. Rotes Auto. Okay? Im Flughafen. Okay, er muss, er muss dich... Im Hangar dort. Er muss dich tragen, okay? Im Hangar. Alles klar, ähm, er macht sich auf den Weg, alles klar. Ähm, Pierre, Pierre! Ich möchte warten hier. Du musst ihn tragen. Fahr hin, äh, schwing ihn auf deine Schulter und fahr da wieder weg, okay? Ähm, wir treffen uns... Wo treffen wir uns, Trace? Äh, wollen wir uns in Sandy Shores treffen? Oh, cool, also... Ja, Sandy Shores. Wo wir... Wo ihn fahren? Ja, in dem Hangar, in dem Hangar. Okay. Er liegt da. Du musst ihn tragen, okay? Ähm... Und wir versuchen ein... Lass uns... Wir sollten für ihn ein, 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 äh, ein Ärzte-Dings... Können wir sowas besorgen? Äh, wir können ins MD, ja. Ins MD, okay. Markierst du mir das MD, bitte, Navi? Hier. Danke. Scheiße. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Was ist hier los? Hast... Hast du ein Taxi bestellt? Kann man weiterhelfen? Ah, ich habe gehört, dass jemand hat da ein Taxi bestellt, MD, Angar. Ja, hat niemand ein Taxi bestellt. Moment, ich, äh... Geh nochmal telefonieren mit dem Mann. Ich will sie ja nicht stören. Hallo, ja, Pierre, bist du... bist du da? Ja? Ist das der eine, der nicht so eine Milizklamotte angezogen ist? Äh, hat der sowas blaues an? Ich weiß nicht, ob das blau war, aber, äh... Liegt der am Boden? Ja, da liegt einer am Boden und er wird bewacht. Er wird bewacht? Scheiße. Da sind vier Leute mit Waffe. Oh, scheiße. Kannst du versuchen zu sagen, du bist ein Medic und du musst ihn dringend ins Krankenhaus bringen? Ich habe gesagt, dass jemand ein Taxi bestellt hat. Okay, dann versuch das Ding durchzuziehen. Sag, dass Medic, äh, das, äh, das, das Krankenhaus ein Taxi dahin bestellt hat, okay? Ah, oui, ich soll einfach die Verletzer in die Kranke ausbringen. Alles klar, alles klar. Mach mal, mach mal. Gut. Alles klar. Bis gleich. Ich otte das ein wenig falsch verstanden. Ich solle bringe jemanden in die Krankenhaus. Und einmal ein Schleif. Und einmal ein Schleif. Hallo? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Irgendwo. Gut, mal wirklich. Stell ich mal bitte zu meinem Auto da. Dann gehst du dein Auto. Ich hab immer noch den Befehl auf dich aufzupassen. Aber wenn wir ihn auch festhalten, dann, äh, Johnson gleich Bruder holen. Aber ich hab keine Waffe, ich kann ihn nicht bedrohen. Ich würd vielleicht ein bisschen leiser reden, wenn man sowas ausmachen will. Scheiße, Mann, geh doch ans Telefon, wenn ich dich anrufe! Ja, schau dir mein Lieber, ich hatte gerade ein Funkloch! Ach, die wollen mich umbringen! Ne, eigentlich nicht, aber die wollen dich umbringen! Äh, wie? Die wollen mich umbringen? Glaube ich. Wie gesagt, die haben, die Schwitterkarten haben sich gemeint, guck mal, das ist ja der. Und, äh, ja, wenn man den festhaltet, dann, dann, äh, können wir den für den Bodo eintauschen. Scheiße, bist du weggekommen? Aber natürlich bin ich weggekommen, die sind dumm. Super. Dann, send die Chance, okay? Ich brauch ne Waffe. Alles klar, send die Chance, okay? Ja, ich auch gefällt mir. Alles klar, bis gleich. Also, lasst mich euch erzählen. Ich dachte, ich hab einen Niemann. Passt auf. Beziehungsweise dir, Trace, weil, ihm muss ich das gar nicht erzählen. Trace, ähm, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber ich werde, glaube ich, heute meinen letzten Tag hier verbringen. Denn, der liebe Pierre heißt eigentlich gar nicht Pierre und es gibt gar keinen Pierre und du bist die erste Person, der will das sagen. Es gibt auch keinen Bodo. Ähm, wie, wie hab ich das zu verstehen? Naja, ähm, Trace, bitte, sei jetzt nicht enttäuscht. Ich, alles, was ich mit dir besprochen habe, hab ich ernst gemeint. Und eigentlich, ja, Bodo ist der Cousin von Johnson, aber, äh, ich bin nicht Bodo. Mein richtiger Name ist Patze. Eigentlich rede ich auch hessisch. Ich bin der Hans-Peter. Das ist der Hans-Peter. Ich hab damit gar nicht gerechnet. Das tut mir auch wirklich leid. Also, weißt du, eigentlich sind wir nur zwei Bauarbeiter, die, weil der Hans-Peter ein bisschen Scheiße am Stecken hatte. Was heißt ein bisschen Scheiße am Stecken? Ja, also fast. Die wollten mich töten. Der Bobby Sillit Bang, ne, wo wir eigentlich wohnen. Bobby Sillit Bang wollten umbringen. Und dann hab ich halt, ja, den Bodo, äh, kennengelernt, als ich eine Woche entweg war. Und den Bodo, den hab ich in meinem Keller eingesperrt. Ich hab da so eine Bibliothek, weißt du, so eine kleine Glasbox, ne. Und das ist das Thema. Deshalb, eigentlich, bin ich gar nicht der Bodo. Und eigentlich, wollte ich halt einfach mal was Neues probieren. Weißt du, wie ich mein? Ja, aber das kommt alles auf einmal. Ja, Dres, ich weiß auch, was du meinst, ne. Das tut mir auch wirklich leid. Aber, was hab ich sonst immer gesagt? Wer denkt, dass er vorarbeitet, er vorarbeitet. Er denkt auch, dass ein Zitronefalt, der Zitronefalt. Weißt du, wie ich mein? Ja, ja, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Soll ich dir einfach mal so im Gegenspiel erzählen, was deine Schwachstelle ist? Nee, bitte nicht. Nee, das macht das jetzt nicht. Noch nicht jetzt. Das erst vielleicht später. Vielleicht müssen wir das später noch benutzen. Später, später machen wir das. Okay, warte mal, Dres. Ich weiß, du bist jetzt vielleicht verwehrt oder so, aber ich muss dir noch was sagen. Aber was? Du bist ne Gude. Dankeschön. Trace, also, ich weiß, du bist jetzt sicherlich ein wenig verwundert, was alles so passiert ist. Und ich verstehe, dass du überfordert sein wirst, aber das, was ich mit dir besprochen habe und auch wie und so, ich meinte das wirklich ernst. Also, ich wollte wirklich dafür sorgen, dass dieses Arschloch ein besserer Mensch wird. Deshalb bin ich eigentlich hier, weißt du? Denn das, was ich da gemacht hab, war auch... Oh, warte mal, Paolo, Paolo, warte, warte. Das war super, was er gemacht hat. Außer, dass ich diese Frau hier jetzt eventuell, naja, den Tod beschert habe. Du vergisst dich jetzt einfach? Nein, nein. Ich werde auf jeden Fall noch dafür sorgen... Lass mich hier alleine. Nein. Los Angeles und du bist nicht mehr selbst? Wenn du willst, kannst du einfach mitkommen. Ich muss da alles verraten, sonst wäre ich tot. Er schreibt, er muss da alles verraten, sonst wäre er tot. Ich schreibe ihm, dass alles okay ist. Ähm, das Ding ist, ähm, wir müssen Paolo da irgendwie rausholen. Und das steht fest. Wir müssen ihn da irgendwie rausholen. Ohne geht nicht. Was wohl ist? Ja, er liegt im Hangar. Und wir müssen ihn auf jeden Fall irgendwie da rausholen. Ja. Ich hab's ja schon versucht, die wollten mich ja fast umbringen. Wollen wir uns andere Outfits anziehen und dann... Ja, das ist ne gute Idee, wir müssen uns umziehen. Wir ziehen uns in Bauer bei der Kluften an. Wir sind mal so'n Hans-Peter-Bahn. Wir wollen mal GTA. Haben Emlen in der Hand. Gemeinsam ins Bauerland. Weil wir Freunde sind. Ja. Die besten Freunde sind. Ja. 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 Da sind wir mit dir. Super. Alles klar. So. Und los. Äh, die 80. Bitte einmal markieren. Das kann auch sein, dass das eine Falle ist, ne? Also wir müssen aufpassen. Wichtig ist, du bist nicht mehr Trace, okay? Wir... Wir sind andere Leute jetzt. Ja, klar. Und wenn die uns irgendwie festhalten oder so, dann sagen wir, nee, schau mal, hey, Stunde, etc., ne? Scheiße, da unten was läuft. Das kann sein. Moment. Dreckschau geht nicht ran. Niemand hier. Scheiße. Mann, das Arschloch geht nicht ans Handy. Zu spät bin da weg. Ja, toll. Vor einer Minute. Super. Okay. Alles klar, alles klar. Komm zusammen, komm zusammen. Hans-Peter, warte, warte, mach mal kurz die Motoren aus. Passt auf. Wir machen folgendes, ja? Wir alle werden jetzt gleich versuchen, da reinzugehen. Und womit? Als Bauarbeiter. Okay? Das heißt, wir teilen uns wie folgt auf. Hans-Peter, du versuchst irgendein Auto zu suchen, was aussieht wie ein Baufahrzeug, okay? Sei es ein Sprinter, was auch immer. Scheißegal. Wir brauchen irgendwas, das nach Baustelle ruft. Du versuchst irgendwie Vorschlaghammer zu organisieren und ich versuche Besen zu organisieren. Falls ich ein Auto oder sowas sehe, dann hole ich das Auto mit, okay? Alles klar? Super. Super. Keine Luft, ich das verlass, du geiles Stück Scheiße. Ich guck hier, was ich hier drin hab. Warte mal. Späte. Späte. Wir kennen uns jetzt seit zwei Wochen. Oh. Spästchen hab ich nur gefunden. Warte mal. Die Trace ruft an. Jetzt halt so romantisch sein können. Trace, hallo? Hallo. Hallo. Ich hab grad einen Anruf von Anthony bekommen. Oh, Scheiße. Was sagt er? Er meinte, wir haben ihn verraten. Seine Leute haben mir einen Scheiß erzählt, dass wir seinen Platz verändern wollten und so weiter. Deshalb ist das zu sauer. Okay, okay, verstehe. Ich ruf ihn jetzt an. Schau, dass du wieder auf den Parkplatz kommst. Bis gleich. Ich ruf ihn jetzt an. Ah, dann warte. Ich ruf jetzt Anthony an. Okay. Naja, ich hab gar keinen Bock auf das Gespräch. Ziehen wir's durch. Mit wem sprech ich da? Du weißt genau, mit wem du sprichst. Nein. Der Name sagt mir nix. Was ist Bodo? Ich hab meinen Namen gar nicht gesagt. Ja, aber das steht hier. Hier steht Cousin Bodo. Ich kenn keinen Cousin Bodo. Was haben dir deine Männer gesagt? Was mir meine Männer gesagt haben? Meine Männer haben mir gesagt, dass du ein Scheiß Verräter bist. Und dass du ein Scheiß Verräter bleibst. Egal, was für Ausreden du dir jetzt bringst. Du wolltest Kajo übernehmen, verdammte Scheiße. Gut, gut. Möchtest du Kajo übernehmen? Dann übernehmen die Scheiß. Nicht da. Eins, zwei Minuten. Wir hatten ein Problem gerade. Erzähl ich dir gleich, wie wir da sind. Na los. Okay. Ja. Ich weiß grad wirklich nicht, was los ist. Ich höre gerade sehr, sehr viel. Was ist bei dir im Hintergrund? Was bei mir im Hintergrund ist? Ja, ich habe gerade viele Dinge gehört. Entschuldigung, wiederhol dich nochmal bitte. Hey, hey. Rufst du mich an um mich zu verarschen? Nein, das war mein Ernst. Das war wirklich mein Ernst. Um Zeit zu schämen. Nein, wieso soll ich Zeit schämen? Warum rufst du mich an? Warum rufst du mich an? Warum muss ich mich rechtfertigen? Du müsstest nicht rechtfertigen, oder? Ich habe nichts getan. Du bist derjenige, der was getan hat. Und du brauchst nicht wissen, was meine Männer gesagt haben. Wie wichtig er ist, was du gesagt hast. Ich schwöre dich. So ein Schmutz. So ein Schmutz. Sektor. Ich komme. Ich bin gerade wirklich am überlegen, ob ich es jetzt einfach sein lasse. Ich bin gerade wirklich am überlegen, ob ich jetzt einfach hier, genau hier abbreche und es ist fertig. Ich bin euch ganz ehrlich. Ich bin so kurz davor. Weil es einfach gerade alles scheiße ist. Bin ich euch ehrlich. Hans-Peter, lass die Insel verlassen. Lass uns einfach... Ja, jetzt. Drace kommt nochmal vorbei. Wir warten auf Drace und dann verpissen wir uns. Aber ich bin gerade wirklich gestresst, du. Das ist totaler Krimspomster hier gerade passiert. Ich rufe den jetzt noch einmal an und dann machen wir uns, wenn die dann hier ist. Das ist doch nur ein Hannebampel. Ja, das ist ein komplette Hannebampel. Bodo. So. Mein Lieber. Hast du jetzt Zeit für mich? Oder willst du immer noch um den heißen Brei reden? Mein lieber Anthony. Ich bin fertig. Ich habe keine Lust auf die Scheiße. Ob du mich jagst oder nicht. Ich... Es ist vorbei. Ich setz mich jetzt in den Flieger. Ach Bodo. Ja, das war's. Ich werde dich verfolgen. Da gibt er schon eine Rakete ab. Ich werde dich finden. Mein Kumpel hat eine Rakete. Das interessiert mich nicht. Das wollte er dir aber gern sagen. Das ist das Ding. Ob er eine Rakete hat? Von mir aus kann er die Rakete in meinen Arsch stecken. Der will, dass du ihm die Rakete in seinen Arsch steckst. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, ja. Wir schicken dir... Wir schicken dir ein... Ein... Ein Service vorbei, der das erledigt mit der Rakete. Alles klar? Ja. Nun gut. Dann... Dann... Schönes Leben, Cousin. Ja. Bodo. Leb wohl. Leb wohl. So. Letzte Amtshandlung. Wir zwei Hesseköp. Fahren jetzt da rein in den Hangar und schieben ihm die Rakete in den Arsch. Abfahrt. Ah. Scheiße. Mit dem Paolo gerade geschrieben. Die sind auf Caio. Das wird uns ja im Arsch lecken. Weißt du, wie scheiße weit das weg ist? Hier, ruf die Tratze an. Wir gehen einfach jetzt hier an den Check-In-Schalter und dann geht's los. Ja, machen wir. Tratze, grüß dich. Hi. Wo seid ihr? Wir sind jetzt am Flughafen. Wir würden jetzt den nächsten Flieger nehmen. Also, wir gehen jetzt zum Gate. Kommst du nochmal vorbei? Ja, gerne. Ach, guck mal da. Kerle noch. Oh, schick's Moped. Hey, Moped. Hallo. Ja, ich hab mir das extra noch gekauft. Also, ich muss leider sagen, es tut mir wirklich leid, was hier passiert ist, ja? Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht. Ich hoffe, du kommst da irgendwie aus der Scheiße wieder raus. Und ich weiß, ich mach jetzt hier wirklich grad. Das ist nicht so cool. Wollt ihr wirklich abreisen? Ja. Also, L.A. hat so viele Möglichkeiten. Ich hab hier verschüsselt. Es gibt so viel. Nein. Jeder Mensch hat doch eine zweite Chance. Die ist absolut inkompetent. Weißt du? Ja, die sind inkompetent. Und da geht nie jemand ans Telefon. Und der Einzige, der ist... Ja, und dann habt ihr Bebrechung. Drei Stunden. Wow. Ich müsste mich vielleicht nochmal kurz... Warte mal. Klär das mal unter euch. Ich verabschiede mich nochmal von Paolo. Hallo, Paolo. Und wenn du sagst, dass das nicht stimmt. Paolo, ich weiß, dass du denkst, dass das meine Stimme ist, aber... Weißt du? Eigentlich... Eigentlich bin ich der Patze. Und ich hab... Ich hab gar nichts mit der ganzen Scheiße am Hut. Es tut mir leid. Das täuscht mich sehr. Und sei extrem. Ich bin doch nur ein Bauarbeiter. Alles, was ich will, ist Baggerfahren, Paolo. Weißt du, wie ich meine? Dieses ganze... Ich schieße Leute ab und so. Das... Das bin nicht ich. Du kannst mich doch aber jetzt nicht... Du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Hier ist vorbei. Weißt du, Anthony, ich hätte zum Abschied noch was zu sagen. Ich weiß, du bist ein großer Chef und so. Du musst jetzt auch gar nicht groß darauf eingehen. Aber ich möchte noch eine Sache zum Abschied sagen. Ja, so von Mann zu Mann oder was auch immer. Weißt du, im Leben geht es nicht immer nur um Reichtum und Geld und Waffe und Rohre. Das Wichtigste im Leben sind die Menschen und Mann rum. Oder was macht ein Menschen glücklich? Liebe, mein Lieber. Liebe? Geliebt werden. Liebe? Ja. Ich glaub schon seit 50 Jahren an Liebe nicht mehr. Warum glaubst du seit 50 Jahren nicht mehr an Liebe? Wer hat dich so verletzt, dass du nicht mehr an Liebe glaubst? Weil es keine wahre Liebe gibt. Wie hieß sie? Sei ehrlich. Weißt du, wie sie hieß? Sie ist Trace. Also, wie geht's weiter? Ich glaub, ich hab da grad einen gebrochenen Mann am Telefon gehabt. Weißt du, ich glaube, ich glaube, ich muss gar nicht die Leute von ihm auf meine Seite holen. Denn ich glaube, das einzige was er will, das war die ganze Zeit an seiner Seite. Ich glaube, vielleicht solltest du mal mehr Zeit mit ihm verbringen. Mit wem genau? Meinst du, redest du von Anthony oder was? Weißt du, Trace, ich denke, du solltest wirklich... Du solltest ihm ne Chance geben. Sollte ich das? Ich bin mir unsicher. Was... Was hat er dann genau gesagt? Ich hab vorhin mit ihm geredet. Er meinte, er sei eifersüchtig auf dich gewesen. Und deshalb hätte er so reagiert. Weißt du, was er hat? Liebeskummer. Anthony liebt dich. Er liebt dich mehr, als du es dir je hättest, er träumen kann. Ich glaube, ihr solltet euch aussprechen. Und dann... Glaub ich, bist du der Mensch, der ihn umdrehen kann. Denkst du, du hast wirklich... Oder ist das jetzt nur dahingesagt, damit ich mich besser fühle, oder... Ich weiß es. Denn er hat das mir gerade gesagt. Ich denke, meine Arbeit hier ist getan. Trace, dieser Mann liebt dich. Du solltest zu ihm gehen. Ich weiß gar nicht, was ich wirklich sagen soll. Ich... Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll dafür. Dank nicht mir. Danke, Bodo. Schnapp dir dein Motorrad. Ja, ich... ich sollte... Ich sollte wirklich los. Dir einen wunderschönen Flug und... Pass auf dich auf, ja? Dankeschön. Ach und, Trace! Ja? Alles Gute. Ich bin hier fertig. Ich hol dich, Trace! Ich weiß genau, dass des Arschloch... des nicht wert ist. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da, Anthony. Meinte, ich lass das einfach so auf mir sitzen, ja? Ich sag euch... Keine Hesse... letzten Abend Käslingslieke. Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich das Mädchen bei so ner Scheiß alleine lass? Hahaha. Haha. Los! Los! Leo! Bist du Leo? Wir haben hier hinten jemanden an den Treppen. Psch, 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 psch. Leo, Leo, bist du's? Nein. Scheiße, wer bist du? Das ist egal, du kommst jetzt mit mir. Wer bist du? Ich komm jetzt mit. Alles klar, ich komm mit. Ich komm mit. Wer bist du? Und woher kennst du Leo? Leo ist ein alter Freund von mir. Er sieht aus wie Bodo. Magst du irgendwas mit Bauarbeiter und Bodo? Hahaha. Das ist doch nicht Bodo. Bodo sieht ganz anders aus. Hey, was bist du für ein Bauarbeiter? Na los! Erzähl es mir. Eikode? Na ja, ich... Ich bin hier wegen dem Wasserrohrbruch. Ein Wasserrohrbruch? Ja, ich wurde beauftragt. Haha. Ja, wir haben einen Wasserrohrbruch und zwar dort drinnen. Könnten Sie sich das einmal anschauen? Wie ist der Keller vollgelaufen? Ja, ja. Da ist der Weg zum Keller. Einmal hier rein. Ne, ich glaub nicht, dass da der Keller ist. Doch, doch. Da ist der Keller. Nein, der Keller ist da nicht. Kommen Sie, kommen Sie. Ich zeig Ihnen das mal. Der Keller ist da nicht. Zeig Ihnen den Keller. Der Keller ist da nicht. Wenn ich es dir sage, Kusser. Er ist da nicht. Bist du Bodo? Bist du Bob der Baumeister? Wer bist du? Also eigentlich... Heischlich. Pische Patze. Und ich bin wirklich nur ein Bauarbeiter. Trace? Ja? Du möchtest ja wieder zu uns gehören. Richtig. Gut, gut. Dann entscheidest du, was wir jetzt machen. Und ich, ich zieh mich zurück. Bodo, äh, Patze. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hey, alter Mann. Ich sag dir lieber im Dreck stecke, als Dreck am Stecke. Weißt du, wie ich mein? Ich geb dir jetzt auch mal ein Tipp fürs Leben, Bodo. Wolltest du grad sagen, ohne Bier, man glaubt es kaum, wird die Mauer ja gerade welcher Traum. Nein. Was ich sagen wollte, ist, dass jede Ratte gefunden wird, die es hier gibt. Jede einzelne. Und Trace wird dir zeigen, was man mit solchen Ratten macht. Helle, gib mir vielleicht einen Streifschuss, dass ich Mauer dann wirklich in Pflege erkomme. Nur der Stärkste gewinnt und wird überleben. Und du? Ich danke dir, ja. Bist der Schwächste. Ich sag immer, es ist nicht undicht, es ist nur Rest für euch. Na los, drück ab. Ach, was du willst. Es tut mir leid. So ihr Lieben, damit ist die erste Staffel von GTA EP zu Ende. Vielen, vielen Dank für das ganze positive Feedback. Ich habe gemerkt, das hat euch unfassbar viel Spaß gemacht. Und wie ihr hört, Staffel 1 ist zu Ende, denn es wird weitergehen. Die Leute aus dem Stream, twitch.tv slash pappi, wissen schon Bescheid. Aber damit ist jetzt erstmal dieser Part mit Hans-Peter bis hin zu dem Punkt, den ihr gerade gesehen habt, abgehakt. Bleibt gespannt, seid gehypt. Es wird noch viel krasser. Und danke, dass ihr auf dieses Video jetzt ein Like gebt und einen Kommentar schreibt. Weil das den Algorithmus pusht und das wirklich nett wäre. Danke. Danke für euren Support. Kuss, Kuss. Bis bald. Kuss abholt Kuss harms kardeş Mö. Vielen Dank.